hallo und jetzt nicht willkommen zu einer weiteren folge shop titans leider heute ohne let's gott die ohne grotty grotty will ja nicht dass ich jetzt grotty sage denn grotty ist heute im urlaub hallo du besitzer ich habe ein bindel mit kleidung gekauft der maßen nicht kann stimmen der gast ist gern laut ich kann sie nicht verwenden aber wird es sicher eine abnehmer finden ja komm herzlichen dank so jetzt muss erst mal den hund hier füttern was habe ich denn so auf lager ein bisschen was von allem glaube ich ach da kann ich alles auswählen ja machen wir keine ahnung leder und schuhe let's go ja du musst bitte warten so habe ich kurz mal den die lautstärke eingestellt so wir können ja gut was verkaufen ja let's go freut dich an meinem blumen alle brauchen die lang die rüstungen alle die die scheiß harnische sind sogar schneller fertiger als die dummen schwerter oh mein gott die haben schon nix mehr boah nee ich will dann ich will dann zuschlag geben warte mal kurz so we 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 wir haben wie wir haben nichts mehr das ist scheiße das ist scheiße wir haben keine eisen mehr so dann sind die auch schon wieder fertig ich wollte ich euch wurde ich okay okay heftig ja dann muss ich auf mehr eisen warten das geht ja gut who are you hey man ich versuche mich aus haustür geschäften wie brauchst du leder also leder habe ich wirklich genug und in dem moment gibt es leder aus das ist ja ein witz so kauft was deine kraft ist ein helm will er haben wie gerne Wo ist der Geestock? Dafür habe ich noch nicht genug. Das ist scheiße. Vergesst immer mit ihm zu reden, Grotti würde mich sowas von schüpfen, Alter. Das Messer, so. Da habe ich sogar einen Discount drauf. Wer hat nicht Discount? Eine Erwöhung. Das Messer, so. Ja, ja, okay, okay. Ja, komm, let's go. Legionärssoldatenschuhe, easy. Na ja, heute wird übrigens eine kurze Folge, da ich schon sehr spät in der Nacht ist und ich eigentlich morgen arbeiten muss. Okay, ich habe gerade mal drei. Okay, erstmal alles ein bisschen hier runterkommen lassen. Ich brauche mehr Materialien, bevor ich mehr verkaufen kann. Handschuhe waren so dumme, ich habe doch schon genug Handschuhe. Okay, ich habe weniger Handschuhe als erwartet. Was sind sie denn da? Ich kann mal ablehnen, dich kann mal verkaufen. Ich kann mal verkaufen, du wirst gerade gemacht. Kann ich, wie kann ich beide auf Quest schicken? Wie kann ich beide auf Quest schicken? Ich kann auch mal verkaufen, ich bin dauernd. Ich bin dauernd. König ist schon wieder da. Oh, yo, verkaufen, Digga, let's go. Muss ich da zur Stadt gehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Gilde? Hey, wait, das war's nicht. Quests, da. Oh, ich kann keine Rüstung machen. Wo ist das? Da. Okay. Haben wir gute Geschäfte gemacht. Aber wie gesagt, bloß eine kurze Folge. Wir sagen, was ist mit der Folge? Lass den Lager und Arbeiten, wenn es euch gefallen hat. Schau doch beim nächsten Mal vorbei. Bye. Bye.